Wir hatten gerade die Kontrolle über 1.18 Alpha-Terminal. Ja, das geht, Alter. Ich wusste es doch schon wieder, dass ich schiebe. Wir fallen immer weiter runter. Ich sehe die Map gar nicht noch, da oben ist. Alter. Ob ich mal aussteigen könnte, ich war, trau mich nicht. Ja, Alter. Ich sehe die Map nicht mehr. Ich steig mal aus, mal gucken, was passiert. Wo? Ich habe... Fliege schon Fallschirm irgendwo. Alter, ich wollte von der Vorratskiste abschlagen. Lall? Wutzi, lebst du noch? Lebst du noch? Mit oder ohne Fallschirm? Ja, ich habe mal einen gezogen. Leider. Wie gut ist das denn? Nein! Nein! Checkt eure Kampen. Material ist bald abgeworfen. Kann da nicht drauf gucken. Ja, wo bin ich jetzt eingestiegen, ey? Ja, ja, ja. Ich brauche von mir eingestiegen. Ich habe einen Fallschirm gezogen. Ich auch. Das dauert viel zu lange. Ich habe euch mal ein bisschen Munition zugeworfen. Achtung! Leid an den Zinkauf wurde erobert. Ja, aber es hat schon ein anderer gemacht. Es tut mir leid. Kommst du überhaupt davon auf den Boden runter? Da gibt es keinen Boden. Der Boden ist über uns. Alter, ich spring mich jetzt auf. Bin tot. Wurde ich geswitcht jetzt oder was? Ah, joo. Behindert ist denn das? Wir kontrollieren jetzt Einsatzteam von Foxtrot. Echt? Äh. Echt? Wo bist du? Ich bin tot. Ich bin tot. Sau gut. Ich wurde geswitcht mit dem Gegner-Team. Kannst du bitte aufhören, wie es da unten ist? Wir kontrollieren jetzt Einsatzteam Alpha. wäre da einfach ne passe ich. Also wollen wir nicht ihn jetzt setzen. Ich bin tot. Wir bekommen die encゴ greenhouse.